Fantastisch! Also es geht dann ab Kobold-Außenposten los, die Sterne hier vorne werden nicht mehr dazugerechnet, weil wir die schon haben, also sechs Sterne quasi abrechnen, äh, abtienen der. Wir haben jetzt, ähm, ja, quasi unser Dursthin hier, also wir haben nur das Tutorial gemacht, und dann wollen wir mal sehen, wer mehr schafft. Ich hab jetzt momentan 18 Truppen, ich warte jetzt nochmal eben ganz kurz noch diese 20 Sekunden, bis die letzte Truppe ausgebildet ist. Oder wie lange brauchst du noch? Ich bin fertig. Also du bist schon fertig, dann... Aber gut, du hast ja gesagt, Kaserne upgraden, aber das bringt ja eh nichts, das dauert eh 15 Minuten. Also ich mache jetzt... Also es läuft zwar jetzt bei mir, aber dann mach ich da halt nix mit. Ja. Und dann kann ich die ja nicht benutzen, dann wende ich sie gleich trotzdem, ist ja egal. Ja. Ja, ja, ja. Ja, würde ich sagen, ich hab jetzt auch volle Kaserne, und ich würde sagen, ähm, ich geh schon mal auf den Angriffsbutton, und dann würde ich schon mal behaupten, warte mal, ich muss ja eben die Stopp vorstellen, aber so viel Zeit muss auf jeden Fall noch sein. Dann würde ich auch mitmachen. Da 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 da! Stopp Uhr! Und ihr seht es auch aus beiden Perspektiven übrigens, das ist ja auch nicht so verkehrt. Stopp Uhr! Dann würde ich sagen, starte der Challenge in 321, los! Auf geht's. Kobold Außenposten. Erstes, was wir jetzt hier machen wollen, wo haben wir denn die Kanonen? Da haben wir noch eine. Ist es. So, da haben wir noch eine Kanone stehen. Ja, ich weiß nicht genau, welche Taktik er jetzt fährt. Ich habe mir da schon einen zurechtgelegt. Mal gucken, ob die dann auch so funktionieren wird. Ich weiß noch nicht, ob ich den Sound mal gleich anmachen soll. Ach, da hinten ist noch eine... Ah, bei mir ist der Ton jetzt an. Ich drehe gerade schon ein bisschen durch. Bei mir ist der Ton an, aber der ist ja egal, den kannst du ja ausmachen. Ist ja noch eine Kanone. Ist ja noch eine Kanone. Oder wie machen wir das? Ach, bei dir ist der Ton an. Bei mir ist der Ton an, aber es ist ja gar nicht. Ach nee, stimmt, wir können den Ton ja sowieso nicht anmachen. Weil wir das ja quasi aus beiden... Oh nee, warte, oder wir... Ich weiß nicht genau, ob wir das dann quasi als zwei Videos oder als Bild in Bild, weil einige hatten auch gesagt, sie hätten es lieber als zwei Videos gehabt. Das Problem ist, ja, das ist aber jetzt ein bisschen spät, weil ich habe meinen Audio... Oh, den habe ich ja. Den habe ich ja. Dein Audio habe ich ja. Ich habe ja sowieso keinen Ton an, deswegen kann ich dir den Audio von dir zur Verfügung stellen. Ja. Jetzt haben wir auch übrigens eine Minute schon rum. Jetzt müssen wir mal eben hier kurz Geheimwaffe 1 zünden. Warte mal, wo hatte ich die denn? Da ist Geheimwaffe 1. So, das ist schon mal das. Das ist schon mal sehr gut. Das läuft schon mal. So, das können wir schon mal loslegen. Das läuft schon mal loslegen. Naja, du hast halt die Sachen aus dem Tutorial letztes behalten. Nee, 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 nee. Habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Ich habe mir ein paar Barbaren behalten, aber dann habe ich doch sowieso gewartet, bis du fertig bist. Naja, wo ist denn dann mein Vorteil? Ja, ja, okay. Nein, ich will nicht angreifen nochmal. Ich will hier Felsfestung machen. So, jetzt 20 Minuten, das hört sich viel an, ist aber gar nicht so viel. Ah, was mache ich denn nicht? Wir müssen uns ein bisschen sputen. Hätte ich fast normalen Kampf gesucht. Ja, die habe ich nämlich gerade auch fast. Jetzt bin ich noch am gucken, dass ich jetzt hier auf jeden Fall noch, ganz schnell noch das fertig bin. Ich hoffe, dass das überhaupt funktioniert, dass ich jetzt hier vorhabe. Das läuft auf jeden Fall schon mal. Ja, ich muss ja dann sowieso, man muss auch am Ende wahrscheinlich immer gescheit warten, bis man die drei Sterne hat. Oh, das war nicht gut. Ach, ich hatte gar nicht genug Truppen. Scheiße, was war das denn jetzt für eine Aktion? Scheiße, bei mir wird es gerade auch knapp. Loll. Hätte ich jetzt nicht gedacht? Ich hätte jetzt hier schon Probleme bekommen, bei dem hier. Ja, ich war gerade bei mir auch. Ich habe überhaupt nicht wirklich drauf geachtet. Ich habe einfach geklickt, aber irgendwie war das nur auf jeden Fall nicht genug. Ich muss, glaube ich, nochmal den Kampf beenden und nochmal von vorne anfangen. Ach, du hast ihn jetzt nicht geschafft? Ja, doch. Aber werde ich schaffen, aber ich muss, glaube ich, nochmal neu starten. Weil du nicht drei Sterne hattest du das? Ja, das ist ja egal. Das zählen ja die Sterne, ne? Das zählen ja nicht die... Ja, deswegen brauche ich ja nicht in den einfachen Dingern schon drei verschenken. Ja, das stimmt. Und die Zeit spare ich mir dann lieber. Okay, das wird reichen, aber es war ein bisschen knapper, als ich das dachte. Und natürlich jetzt auch zeitlich nicht so ganz so der Burner. Wir sind ja schon bei zwei Minuten 40. Das wird ein bisschen knapper, glaube ich. Muss alles... Aha, okay. Wird reichen, aber das muss ich mir auf jeden Fall merken, dass da so nix wird gleich. Das wird nix. Okay, ein bisschen... Ich muss jetzt auf jeden Fall etwas... Ich kann jetzt auch nicht zu viel verraten von meiner Taktik, das ist das Problem. Dann wird der... Das kriegt er das ja mit. Deswegen muss ich jetzt mir eben hier das so machen. Ich hatte das mir erst anders überlegt. Wir machen das jetzt mal eben so. Davon wäre ich... Ah, wir haben ja auch schon was gekriegt. Wunderbar, das ist wunderbar. So. Wird da... Fast wieder ein Angriff gestartet. Ich bin ein kleiner, geiler Bock. Ah, ja. Oh, wir haben sechs aus dem... Nein, ich drücke immer auf das Angriffssymbol, weil das so... Macht der Gewohnheit ist, weißt du? Ja. So, bitte. Sag mir, dass das jetzt bitte reicht hier. Ich weiß nicht, ob ich Truppen sparen soll. Also, ob ich so auf die Taktik gehen soll, möglichst wenig setzen immer. Weil einerseits sparst du dann Truppen, andererseits dauert es halt dann länger, ne? Wenn du da mit fünf Barbaren so eine ganze Festung dann noch hinterher kaputt machen willst. Ja, wenn es überhaupt klappt, wenn es überhaupt reicht, um die mit fünf Barbaren. Kommt ja auch noch dabei. Ja. Das ist halt jetzt so eine Sache. Wir können ja wegen mir noch Musik hinterlegen dann bei den Videos. Das wäre dann... Ich habe übrigens, das ist zwar ein bisschen off-topic, aber ich habe ja jetzt... In diesem Monster-Catch gibt es ja doch zwei Remixe auch, ne? Zwei große, zum Beispiel. Echt? Kann ich dir gleich mal zeigen, den Namen, dann... Das sind irgendwie so jeweils so 59 Minuten oder so. Weil das ist ja schon nicht schlecht. Ah, okay. Ja, das ist wirklich praktisch. Während die jetzt hier gerade noch am Rödeln sind, dann trinke ich mal einen Schluck von meinem Kaffee. Oder wie ich das vor kurzem gehört habe, da hat eine gesagt, Kaffee. So wie das mal bei King of Queens gesagt wird. Wirklich so, Kaffee. Ich so, was? Was ist das denn? Ist das Muckefuck oder was? Das läuft auf jeden Fall jetzt schon mal. Die nächsten drei sind auf unserem Konto. Wir gucken uns mal eben schon mal sofort den nächsten an. Kanonenkugel auf. Okay. Okay, okay. Da kann ich jetzt so zum Beispiel nicht angreifen. Das wäre tödlich. Da muss ich nämlich jetzt noch ein bisschen anders vorgehen. Nämlich quasi... Nein, warte. Noch ein paar. Jetzt mal sofort schon immer ein bisschen hinterher. Oh, 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 oh. Kanonenkugel auf. Mal gucken. Oh, ich darf nicht verraten, wo ich bin. Nein, jetzt habe ich mich vertan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Da jetzt noch hier. Ich versuche das jetzt mal mit dieser Taktik hier einfach. Ein bisschen verwirren die Leute, damit wir das vielleicht mal davon da schaffen. Und hier soll ich noch zwei hin. Ja, das müsste aber... Das läuft, das läuft, das läuft. Nein, jetzt gehen wir jetzt. Aha, ich habe mir gerade... Ich habe gerade selbst mit 1 nichts gelegt. Ich habe mir gerade eine interessante Taktik überlegt, um an Elixier zu kommen. Okay. Verrate es nicht. Also, ich... Das wäre ja... Wenn du eine gute Taktik hast, dann behalte ich sie auf jeden Fall für dich. Ach, fuck, warum setze ich die denn noch? Ich bin so ein Dummdödel, ey. Das hätte ich mir echt sparen können. Mann, ja, es ist halt ein bisschen scheiße, dass du... Du kriegst halt kaum Elixier hier raus, ne? Ja, ja, aber ich habe gerade mir was ergaunert, sozusagen. Okay. Na gut. War eigentlich auch egal. Na gut, wenn du damit weiterkommst. Weiß ich ja nicht. Wir sind ja übrigens bei sechs Minuten. Ein bisschen drüber. Ich gebe das ab und zu mal durch, so als kleinen Hinweis. Ja, Elixier ist tatsächlich immer etwas knapp. Das stimmt schon. So, wie viel haben wir jetzt? Ah, das reicht auch noch nicht. Das reicht auch noch nicht. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall mal... Ich muss jetzt ein bisschen Elixier mal sparen. Sonst wird das, glaube ich, nichts mehr. Was haben wir jetzt hier? 26... Ne, warte mal. Was habe ich denn noch? 14 Elixier habe ich noch. Ui, immerhin. Oh. 14 Elixier habe ich noch. Das lohnt ja auch nicht, den zu bauen, oder? Ach gut. Wenn es hilft. Kostet mich ja nichts. Kostet mich ja nur Gold. Ah, du hast ja wahrscheinlich noch einen Elixiersammler gebaut, oder? Ne. Ich kann nicht... Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Von deinen hinterlistigen Machenschaften. Wir sind ja gleich bei sieben Minuten. Ja, ich habe... Man schafft schon einige, denke ich mal. Also, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich warte es auf jeden Fall noch ab, bis es hier fertig ist. Wobei lohnt sich das? Was ist denn hier? Oh. Lohnt sich das denn hier? Oh. Doch. Das hat sich doch gelohnt. Warum? Hat sich das jetzt gelohnt, oder hat sich das nicht gelohnt? Das weiß ich noch nicht. Ja, mal gucken. Oh mein Gott. Okay. Leute, wenn ihr das seht, dann werdet ihr es verstehen. Oh mein Gott. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel eine ziemliche Scheiße hier. Weil ich jetzt erst gucken muss, wie ich das jetzt hier gescheit angehe. Aber allerdings, Leute. Das ist doch viel einfacher als der davor. Was ist denn los? Oh, bei mir geht es gerade in die Hose. Oh, die Kanone ist stärker. Deswegen war das nur die eine da. Okay. Super. Das war ja schon mal nix so. Hast du verloren? Ja. Oh, Matthias. Was mache du denn? Ich habe gerade mein Fenster verschoben. Tolle Wurst. Leute, ich habe die Lupe angemacht. Das ist natürlich scheiße. Ich habe gerade aus Versehen die Bildschirmlupe angemacht. Was hat das denn für eine Scheiße? War das Fenster quasi dahinter nochmal nur ganz groß zu sehen. Okay, das ist... Leute, ihr seht es. Die Taktik, die ich mir ausgelegt habe, scheint noch zu funktionieren. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, was er für eine Taktik macht. Kann natürlich sein, dass er mir dann trotzdem in den Arsch tritt. Ich weiß es nicht genau. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir sind auf jeden Fall ganz gut dabei. Jetzt doch nicht. Was mache ich denn? Ja, ich muss jetzt ein bisschen fukkeln. Ja, und beschwerte euch nicht, wenn Matthias dann verlieren sollte. Das waren ja wirklich die gleichen Chancen. Außerdem bei der Bingo-Challenge hatten wir im Grunde auch die gleichen Chancen. Weil ich ja zwischendurch erstmal überhaupt fünf Minuten verwenden musste, um mich runterzuleveln oder zehn. Weil ich ja sonst dieses Overkill oder was das war, das es mit den 50% Truppen übrig behalten, gar nicht gepackt hätte in meiner Gold 1. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Das machen wir mal so. Oh yeah, Babyboy. Oh fuck, naja, scheiße. Oh ja. Meine Idee hat doch nicht so ganz funktioniert. So muss das sein. So muss das sein, Baby. Zack, Babyboy. So ist das gut. Jetzt baue ich nämlich mal sofort schon ein paar von diesen Kollegen hinterher. Naja, das Elixier ist ein bisschen knapp immer bei mir. Das ist ein Problem. Ich weiß, wenn es verholter... Auf geht's, nächster Level. Okay, 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 okay. Das war nicht gut, dass ich jetzt hier... Fuck. Am Sack. 24.000 Elixier kann ich doch gar nicht unterbringen. Ich weiß zwar nicht, was du da wieder cheaten willst, aber... Okay. Guck mal, wir ein Labor bauen. Oh, ja, genau. Also das lohnt sich jetzt auf jeden Fall noch. Das wird nichts bringen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wollte gucken, ob ich dann auf Level 2 schon komme, aber dafür habe ich auch zu wenig Juwelen. Das wird nichts bringen. Ach, du benutzt die Juwelen! Okay. Ja, du ja. Okay, wenn du cheaten willst, dann fangen wir mal an. Das Problem ist, hier schaffe ich das jetzt zu hinkommen. Da hast du ja jetzt schon einen Vorteil. Hast du jetzt schon alle verbraten, oder was? Naja. Hast alle Juwelen schon weg? Ja, gut. So, mal gucken. Okay, 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 die ist auf das. Ich brauche es, glaube ich, noch. Ich glaube, ich brauche es noch. Brauche ich es noch, oder brauche ich es nicht? Das ist die Frage. Das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Na, okay. Müssen wir jetzt mal hiermit probieren. Wie lange hänge ich jetzt schon in dieser Kackding? Müssen wir jetzt probieren mit dieser, ich sag mal, Rumpfarmee. Okay. Das ist schon mal etwas, was ich jetzt nicht gedacht hätte, was es jetzt hier gibt, aber okay. Na gut. Stöhne immer. Nee, die Viecher. Ja, hast du Sound an, oder was? Ja, immer noch. Ja, das ist ja eigentlich Blödsinn. Nein, du, ah, du Dürbel, du musst den doch ausmachen, oder nicht? Sonst hast du bei dir Sound, bei mir nicht? Du nutzt den doch eh nicht, haben wir doch eben schon gesagt. Also die gleiche Diskussion haben wir schon vorhin. Ja, aber du nimmst doch meinen Sound mit auf. Schießt das nicht? Mein Sound ist doch jetzt in dem Game Sound mit drin, du Dödel. Ja, aber das ist doch egal. Du hast doch deinen Game Sound sowieso. Ja, aber wenn wir doch zwei Videos machen. Schießt das nicht. Ja, dann ist er halt aus. Dann musst du mir halt einmal den Sound schicken. Ja, deswegen. Das war nicht so gut hier. Das war nicht so gut. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Jetzt hab ich natürlich ein Problem. Gucken wir uns mal das nächste an. Was ist das jetzt? Achso, ich muss jetzt Truppenhaus bilden, sonst kann ich nicht angreifen. Ah, das muss man auch mal wissen. Nein, das haben wir jetzt auch nicht. Gucken wir mal das... Ah, leck mich doch am Arsch. Komm, mach voran hier, Jungs und Mädels. Ja, bitte. Ich möchte das ausgeben. Ich möchte das ausgeben. Ich möchte das ausgeben. Ich möchte das ausgeben. Das alles ausgeben. Okay. Was ist denn das jetzt hier? Da hab ich ja... Bei dem vorherigen war das nicht so, wie ich das erwartet. Okay, der ist wieder einfacher. Den kriegen wir hin. Den kriegen wir auch mit... Das Gefühl, du bist einen weiter als ich. Den kriegen wir auch mit den Truppen hin, die ich... Ja, bin ich... Ich Zeit verschenkt habe, wo ich mir versucht habe, das Labor zu bauen. Das ist blöd gelaufen. Na, egal. Hätte ja funktionieren können. Ich wusste nicht, dass das so viel Elixier kostet. Ich bin gerade auch noch ein bisschen im Rückstand, weil ich jetzt gerade auch noch hier gucken muss. Ich hab gerade was Dummes noch gemacht. Wollte ich mal gucken. Das ist echt scheiße, dass man das hier so einzeln machen muss. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Mann, ich bin echt momentan nicht so ganz so weit, wie ich dachte, wie ich kommen würde. Aber nun gut. Versuchen wir es jetzt mal so. Nein, ich klicke immer auf den Angriffsbutton schon im Normalen drauf. Das ist ein bisschen... Okay, 13 Minuten und 17 haben wir jetzt. Komm, 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 komm. Okay, das sind nicht dreimal die gleichen. Das oben ist... Okay, das ist schon mal gut. Ah, wunderbar. Das klappt auf jeden Fall schon mal. Ja, jetzt laufen natürlich alle da durch. Täter, ja, ich hab einfach Bomben noch eingebaut. Ich bin so cool. Okay, das ist schon mal... Sieht, wie das aussieht. Ja, die sind jetzt gleich tot. Okay, egal. YOLO. Okay, noch ein paar übrig behalten. Das läuft auch. Kann ich gleich das eine noch probieren? Ich hab auch schon ungefähr eine Vermutung, wie weit ich kommen könnte. Also, ich kenne die Missionen ja alle. Ja. Ungefähr. Aber ich... Mal gucken. Bin schon weiter... Eigentlich ganz weit momentan, aber mal gucken. Es hapert halt immer am Elixier, ne? Bei mir grad nicht mehr. Ja, du cheatst ja auch. Ja, du musst grad was sagen. Du trickst sonst auch in jeder Scheiße rum. Wir sind hingegen. Du trickst ein Jahr, da ist ja nichts mit zu tun. Bin mal hier noch... Ich hab mir keine Regeln festgelegt. Ja. Ich hab mir nur gesagt, wenn es 20 Minuten am weitesten kommt. Wenn du dich dann besser fühlst. So. Weiter geht's. Oh, jetzt wird's schon gleich böse. Oh, ja, genau. Wie soll ich den denn bitte packen jetzt? Hm. Hab ich den denn schon mal gemacht? Hm. Konisch. Okay. Wie krieg ich jetzt hier drei Sterne aus hin? Das wird ein bisschen komplikamente werden. Okay. Wir werden schon irgendwie ihn kriegen. Okay, die eine ist schon mal down. Schon mal nicht schlecht. Ich würd echt gerne wissen, wo der Fotzkorb hängt. Ach, die Ficker mit ihren Bomben immer, ey. Ja. Ich würd echt gerne wissen, wo der Fotzkorb hängt. Aber das werden wir da gleich noch herausfinden wahrscheinlich. Diese werden wir jetzt auf jeden Fall locker schaffen. Wir haben ja noch ein paar Reserven übrig. Es sind 15 Minuten 20 gerade. Und jetzt machen wir die eine noch kaputt. Dann haben wir das hier zumindest auch schon mal. Das ist da hinten noch. Ja, läuft alle da hinten rum. Genau, da sind auch keine Bomben. Oh, das sind wirklich nicht. Okay. Das ist schon mal gut. So, nächste drei. Auf mein Koto. Ding, 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 ding. Okay. Okay, dann müssen wir auch noch mal beenden. Frage ist, ob wir den jetzt noch mal probieren oder ob wir den nächsten probieren. Oh, das ist ja immer noch nicht voll. Jetzt ist sie voll. Okay, jetzt hab ich genug Alex hier immer. Das ist schon mal nicht schlecht. Das weiß ich nur nicht. Ah, der kostet 5. Das schaffe ich nicht mehr. Das kann ich nicht riskieren. Ich hab ein paar, leider ein bisschen was verschwendet zwischendurch. Ah, nun gut, jetzt kommt dieses hier dran. Okay. Ich bin gespannt, ob wir den hier schaffen oder nicht. Aber ich würde sagen, wir machen erst den, wo ich eben noch einen geholt hab. Da versuchen wir jetzt mal eben das noch aufzuholen. Hier bei diesem Meer. Bei dem hier versuchen wir jetzt noch eben die anderen Sterne zu holen. Ja, genau, genau so. Ich bin auch so ein Trottelkind, ey. Das bringt mir nix. Ich muss nachdem gucken, ob mir nicht noch irgendwie irgendwas was bringen würde hier. Ja, genau. Ich glaube es fast nicht. Komm, jetzt warte eben noch die 9 Sekunden, ey. Oh, oh, jetzt hab ich kein Elixier mehr. Jetzt weiß ich aber genau, was ich da eben falsch gemacht hab. Jetzt können wir es nämlich besser machen. Ja, 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 komm. Hat das immer noch eine? Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? So, jetzt aber. Mein Gott, ey. Ja, hallo, genau. Ist da eine so zwischendurch immer so... ...dass ich noch mehr Bomben da rein, ihr Ficker. Dass da eine zwischendurch immer so viel Ärger macht, eine Mission hier. Schäm dir, Mission, schäm dir. Ich frage jetzt, ob ich dann irgendwie hinkomme, ohne die... Ah, da sind keine Bomben, das ist schon mal gut. No, es bueno. Ich weiß jetzt, bei welcher du bist, aber wenn du da bist, dann... Oh, okay. Okay. Mr. Schnellschuss. Mr. Schnellschuss ist weit vorne. Oder auch nicht, vielleicht. Ich kann sagen, das erzählst du mir jetzt. Weiß ich nicht. Ich weiß ja, ich kann ja auch dann auch nur vermuten, welche das ist. Kann ja auch sein, dass das eine andere ist. Die liegen überall Bomben rum bei jeder Mission. So, das sieht schon mal ein bisschen besser aus jetzt. Ich muss sagen, wir haben auch die Bogenschütze wenigstens gerade mal nachgedacht. Wunderbar. Oh, das sind zu viele. Und ein paar eine Reserve auf jeden Fall mitnehmen. Okay, jetzt können wir es weitermachen. Jetzt können wir es weitermachen. Auf geht's. Ach gut, das gibt es jetzt schon ein bisschen mehr Bonus. Nicht schlecht. Ich versuche es jetzt mal von dieser einen Seite. Das scheint mir jetzt ein etwas sinnvollerer Weg zu sein. Vor allem, weil ich nicht denke, dass da so viele Bomben noch drin liegen werden. Okay, das ist die... Aua, wenn es aber erst eine... Einhandel wird es erst kaputt. Sag mal gleich, komm, 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 mach die zweite kaputt, mach die zweite kaputt, mach die zweite kaputt. Mach doch die zweite kaputt, mach die zweite kaputt. Mach doch die zweite Kanone kaputt, ihr Dämel. Seid ihr denn dumm? Okay, zweite ist kaputt. Ah, bitte macht sie doch, macht sie doch. Komm, ich glaube, ich muss jetzt hier echt auf die 50 Prozent gehen. Das wird sonst ein bisschen knapp. Ein bisschen Glück kriegen wir da drauf, das noch mitgenommen. Ja, könnte klappen. Könnte hinhauen. Was haben wir jetzt? 31. Oh, 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 oh. Das könnte ein bisschen eng werden. Ja, bei mir wird es gerade auch ein bisschen pittig. Fuck. Aber 24, wenn ich 50 Prozent schaffe, das würde vielleicht schon was bringen. Nein, warum schaffe ich denn hier keine 50 Prozent? Das kann ja nicht wahr sein. Oder Rathaus, oder? Das Rathaus, komm, das Rathaus kriegen wir. Jawohl, schön. Mist. Okay, das war ein bisschen, das war nicht gut. Schaffen wir doch noch drei Sterne. Muss ich echt mehr hiervon machen? Okay, jetzt haben wir hier natürlich auch nicht mehr genug. Jetzt muss ich es echt nochmal, ich muss echt gucken, wie ich das jetzt angehe. Also irgendwas, irgendwas war jetzt hier falsch. Komm. Ah, 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 ah. Ich muss vielleicht wirklich ein bisschen, ich muss vielleicht wirklich ein bisschen taktischer angehen hier, sonst. Ja, dann nehmen wir hier nochmal zwei mit, das ist ja auch nicht, Gerd. Ich muss halt Pieseln uns zum nächsten. Fuck. Bitte, komm, bitte. Und. Ah, fuck, zwei. Ich muss hier irgendwie jetzt, muss ich es jetzt hier reißen, sonst habe ich echt schlechte Karten. 16. Oh Mann, das wird aber auch immer dicker hier. Okay, mittlerweile habe ich auch irgendwann das Gefühl, dass das nicht mehr so schaffbar ist. Mach die Kanone, komm, mach sie, mach sie, mach sie, mach sie noch, mach sie noch, mach sie noch, bitte. Die eine noch, komm, die eine noch. Wenn wir die noch schaffen, dann hätten wir es vielleicht. Na, okay, jetzt wird nichts mehr mit der. Scheiße. Boah, das ist aber doch, das gibt es doch nicht, das ist jetzt nicht Paki hier. Zweite Mal. Zweite Mal schon nicht geschafft, das gibt es doch nicht. Ja, ich komme auch nicht weiter gerade. Okay, jetzt muss ich mir mal ein bisschen wirklich mal was anderes überlegen. Jetzt kommt Taktik, jetzt muss ich echt mir schon was überlegen. Irgendwie habe ich das gerade zum zweiten Mal nicht geschafft. Na gut. Jetzt habe ich auch leider kein Elixier mehr. Was auch ein bisschen schlecht ist. Na gut, na gut, na gut, na gut. Das müssen wir jetzt irgendwie noch hinbekommen. Sonst wird es eng. Gibt es doch nicht. Das müssen wir jetzt aufverkackt. Ich habe es gerade auch nicht geschafft. Es muss doch irgendwie machbar sein, diese scheiß Missionen da zu packen. So, komm jetzt hier. Irgendwie doch auch nichts, ey. Scheiße. Irgendwie muss es doch hinhauen. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Wir machen. Scheiße, das bringt mir nichts. Fordern. So, da geht jetzt durch. Das war jetzt falsch. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Aber egal. Ja, ich muss jetzt so probieren und hoffen, dass ich es irgendwie hinbekomme, sonst gehen die Lichter aus. Ich komme mal bei dem, also da, wo ich jetzt gerade bin, komme ich nicht weiter. Ich komme ja auch nicht weiter. Ich weiß nicht, warum. Hier vorne mal probieren. Ich habe keine Ahnung, warum. Das müsste ich doch eigentlich packen, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Eine Pipi-Mission, die ich nicht schaffe, ey. Zumindest mit einem Stern eben. Kann doch so schwer nicht sein. Ich kriege auch kein Elixier mehr. Wo ist mein Fehler? Ich weiß, wo mein Fehler ist. Oh, ich bin so blöd, oder? Bin ich so blöd? Ja. Mein Gott. Na, diesmal war es zumindest schon ein bisschen knapper, aber ich habe... Oh, oh, ich kriege zumindest schon ein bisschen Elixier jetzt wieder zurück. Ich glaube... Komm, gib mir wenigstens zwei Sterne hier, ey. Oh, wir sind schon lange drüber. Wir sind schon lange über der Zeit. Dann lass uns auf 30 Minuten machen. Entschuldigung, ich habe jetzt nicht... Was? Ich habe nicht daran gedacht, dass wir schon über der Zeit sind. Dann lass uns auf 30 Minuten hochgehen, sonst... Ich habe gerade nicht daran gedacht, dass wir jetzt schon über der Zeit sind. Wie viel haben wir denn schon? 22. Jetzt haben wir 23 schon. Ja, dann machen wir 30. Okay, das machen wir jetzt mal so. Ja, oder 25. Ja, egal. Dann lass uns noch ein, zwei Angriffe gescheit versuchen. Ja, sonst... Ich will diesen Angriffe auf jeden Fall noch einmal hin versuchen jetzt. Oh, hier auf jeden Fall jetzt was nochmal rausgeholt. Mal aus einem Stern nochmal schnell drei gemacht bei dieser Mission. Auch nicht schaden. Und nach Hause. Und jetzt haben wir noch eine, wo zwei Sterne waren. Ja. Okay. Scheiße. Ja, wenn ich es schaffen habe, hier können wir nochmal gucken. Das fehlt mir auch alles. So. Scheiße. Jetzt muss ich tatsächlich noch warten. Ja, jetzt muss ich tatsächlich noch eine Minute warten, sonst kann ich gar nicht angreifen. Ich habe kein Elixier. Hm. Das ist ein bisschen schlecht. Ja, Leute, da muss ich leider... Müssen wir eben jetzt ganz kurz schon mal gucken, was wir jetzt hier falsch gemacht haben. Ich weiß, irgendwie muss das gehen. Das kann doch nicht sein. Kann man denn nicht irgendwo hier noch... Ich meine, irgendwo muss doch hier der Fehler liegen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ja, wieso? Was ist das denn? Ich weiß... Wo ist denn das Problem? Ja, dass da einfach zu viele Kanonen sind und ich es nicht schaffe, das ist das Problem. Ja, dann weiß ich zumindest, wo du bist. Glaube ich aber auch nicht. Dann ist das die mit den sechs Kanonen, ne? Hm. Das muss doch irgendwie gehen. Jetzt habe ich aber auch noch... Ich muss nur eine Minute warten, dann sind die Truppen fertig und dann mache ich noch mal einen. Hier zumindest noch drei Sterne. Hä, wieso ist denn jetzt hier 93 Prozent? Was fehlt denn jetzt? Ach, da ist so ein Häuschen. Scheiße, ich hätte noch... Ich hätte ein bisschen schlauer sein. Ah, ich weiß, warum ich es nicht schaffe. Fuck. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen sehr dummen Fehler gemacht. Ich habe einen sehr dummen Fehler gemacht und die Juwelen falsch ausgegeben. Mist. Scheiße, das wird mir jetzt zum Verhängnis werden. Fuck. Ach man. Ärgerlich, ey. Wahrscheinlich gleich Gleichstand. Fast geschafft. Mist. Ja, mir fehlen die Juwelen jetzt. Ich habe leider einen Fehler gemacht. Mist. Deswegen habe ich jetzt zu wenig Truppenkapazität. Du hast wahrscheinlich zehn mehr als ich. Mist. Tapp da nochmal. Mann, das hätte ich... Ah, ich dämen, ey. Warum habe ich nicht dran gedacht? Darum habe ich da nicht dran gedacht. Na, egal. Hä? Ja, jetzt haben wir 26 Minuten, dann lass mal bis 30 Minuten machen. Und dann dürfte ich noch in der Zeit, dürfte ich noch wenigstens einen Eingriff schaffen. Mist. Die zehn Truppen... Ich weiß auch keine. Keine Elixir mehr. Ja, mir ist aber gerade dadurch, was du gesagt hast, ist mir auch was aufgefallen. Die zehn Truppen fehlen mir jetzt auf jeden Fall. Dann würde ich es schaffen. Leider habe ich die nicht ausgebildet. Verdammte Scheiße. Ich habe 50 Kapazität. Das ist zu wenig. Mist. Wie viel hast du? 40. 40? Oh Gott. Wie willst du das denn mit 40 schaffen? Na, dann HF. So, Goldlager ist voll. Elixierlager... Ja, das war mein Fehler eben. Statt dem Armeelager habe ich ja versucht, mir das Labor zu bauen. Aber das Labor hat mir ja quasi nichts gebracht. 47. Komm. Ach, einen noch. Dann versuche ich es noch ein letztes Mal, aber es wird echt mit... Naja, das wird nicht gehen. Mit 50 Truppen ist das nicht machbar. Mit 60 Truppen würde ich es, glaube ich, hinbekommen. Mit 50 wird es, glaube ich, einfach kommen. Ja, ich gebe an dieser Stelle auf jeden Fall auf. Ich schaffe das, wird das auch nicht schaffen. Mann, verfickte Scheiße. Warum habe ich das nicht hinbekommen? Jetzt muss ich... Jetzt kommt der... The last try. Und mach du mal und sag Bescheid, wenn Ferdie biss ich, schaffst du mich auch nicht. Ja, das ist ein bisschen... Das ist momentan so eine Sache, dass die ein bisschen blöd sind von der KI, aber mal gucken. Ich darf nicht aufgeben. Das muss doch... Irgendwie muss das auch machbar sein. Das gibt es auch nicht. Irgendwie muss das doch machbar sein. Komm, 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 komm. Ja, ja. Komm, 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 komm. Geht doch nach oben. Wenn die nach oben gegangen wären, hätte ich vielleicht eine bessere Chance gehabt. Mist. Ah, ich brauche keine Juwelen mehr. Jetzt muss ich sowieso eine Aufhörung. Die habe ich auch nicht mehr. Die haben wir alle verbraten. Jetzt habe ich noch die restlichen Truppen, ist aber auch eher fraglicher. Wenn die wenigstens mal nach oben gegangen wären, dann hätte ich es geschafft. Wenn die Bogenschützen, die ich jetzt habe, wenn die nach oben gehen, dann hätte ich eine realistische Chance gehabt. Können wir höchstens machen, wer am meisten Prozente geholt hat bei diesem letzten hier. Weiß ich jetzt aber nicht mehr. Das muss aber mal gucken. Jetzt holen die sich natürlich noch schön das Gold, was ich nicht mehr gebrauchen kann. Rein theoretisch, weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe. Warten wir ab. Ich lasse jetzt mal eben noch ganz schnell ihr, ganz schnell hier noch das Zeug holen. Ich habe sowieso kein Elixier mehr. Ich habe auch dann kein Juwelen mehr. Ich kann also nichts mehr ausgeben. Naja. Muss ich mal gucken. Das sollte auf jeden Fall nicht mehr reichen, gehe ich mal von aus. Guck mal eben noch. Das ist jetzt hier noch. Die dödeln jetzt halt noch auf das Goldlager rum. Das klingt auf jeden Fall schwer nach Gleichstand. Ja, weil ich so dumm war und das Armeelager nicht ausgebaut habe. Ja, das habe ich auch vercheckt. Ich habe nur ans Labor gedacht und wollte die Truppen upgraden. Ich gewinne! Ich gewinne! Ja! Ich gewinne! Steck dir das in deinen Arsch, ey. Ich habe einen übrig. Und der schießt jetzt auf das Hauptquartier. Einen, der genau in der Mitte steht und nicht erreicht werden kann. Das dauert jetzt zwar noch eine Minute, aber ist mir ja egal. Ja gut, tut mir leid, aber da kann ich jetzt auch nichts für. Ja. Oh mein Gott, was ein Ende dieser Challenge, ey. Oh mein Gott. Das ist ein einziger. Es wird jetzt nur zwei Minuten dauern. Aber gut, ich kann jetzt auch nicht abbrechen. Das ist genau ein. Ich bin jetzt so offen, dass die Zeit vorher abläuft. Es gab keine Zeit. Ach ja, oh scheiße. Das ist ja das quasi. Es ist das ein einziger Bogenschütze, der auf dieses Hauptquartier drauf dödelt. Und. Ja. Ja, aber gut, was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht abbrechen, nur weil es einer noch ist. Ja gut, aber wenn die 30 Minuten um sind. Ja, aber der Angriff ist doch gestartet. Ja, naja. Gestern hat mein Angriff ja auch nicht mehr gezählt. Klar hat er gezählt. Wenn du fertig geworden bist. Ja, weil ich eher fertig war. Als du. Weil ich ja die Challenge in dem Sinne dann schon gewonnen hatte. Wenn du jetzt die Challenge schon gewonnen hättest, warum soll ich dann noch weiter angreifen? Ja. Also. Zumindest haben wir die Regel sonst immer gemacht. Also nicht. Wir hatten ja sonst immer die Regel, dass wenn der Angriff einmal gestartet ist. Wir können ja wegen mir die Zuschauer entscheiden lassen. Mir soll es egal sein. Also Leute, wenn ihr meint, es wäre nicht mehr innerhalb der Regeln, dann schreibt es mal da drunter. Und wenn ihr meint, es war. Ich mache einfach eine Umfrage da drunter. War es regelkonform, ja oder nein? Wieso? Was soll jetzt noch passieren? Der ist jetzt gleich bei der Hälfte. Es dauert halt jetzt eine Zeit, ne? Vielleicht haben wir ja auch so irgendwie noch Unterschiede. Ja, das kann auch sein. Ich mache jetzt an dieser Stelle mal eben einen Cut. Und warte jetzt, bis der mal fertig gemacht hat. Das dauert das zu lange. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ja, jetzt sind wir zurück. Wir haben es gerade gesehen. Er hat das fertig gemacht. Ich habe 39% geholt. Ich habe den Stern noch geholt. Und wollen mal gucken. Jetzt. Auswertung der Ereignisse. Wie es denn so war. Also, wir gucken mal eben. Denk daran, du musst ja sechs Stück abziehen, ne? Davon. Das sind die, die man am Anfang durchs Tutorial schon hat, oder was? Ja, genau. Sechs Sterne musst du abziehen. Ich muss jetzt aber mal eben, ich kann, ich darf gerade noch, ich kann noch nicht in diesen Angriffsbildschirm, weil ich keine einzige Truppe habe. Ich muss mir eben noch zehn Sekunden warten. Fünf, vier, drei, drei, zwei, eins. Und dann, ich weiß nicht, weil ich ja dann sowieso gewonnen hätte. Ja, mit einem Sternen Vorsprung hast du quasi dann... Zwei Sterne jetzt. Ja, ja, klar. Wo hast du denn die drei Sterne nicht geholt? Das ist doch so oder so mit einem Sternen Vorsprung gewonnen. Wo hast du die denn nicht geholt? Bei, warte, oh, jetzt bin ich auch rausgegangen, bei... Zwei rauchende Fässer. Bei rauchende... Zwei rauchende Fässer, so weit vorne, okay. Ja, Leute, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und ihr wisst ja, Bestrafung, ne, unter dem Video. Er muss schon wieder eine Bestrafung, tut mir echt leid, aber so ist das. Ich habe das erst noch. Ja, aber das ist ja... Ich muss erst mal die eine noch zu Ende aufnehmen. Das kommt ja, das ist ja quasi danach, ne. Wenn die das sehen, die Leute, dann ist ja deine Bestrafung schon längst vorbei gewesen. Also schreibt eine Clash of Clans-Bestrafung unter das Video und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei einer regulären Folge. Let's Play Clash of Clans und so weiter. Abonniert nicht, vergesst den Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.